Musik Es war einmal eine junge Frau, Zari heißt sie, die von allen sehr geschätzt wurde. Da sie die besondere Fähigkeit besaß, zuzuhören. Die Zeit ist etwas ganz Verrücktes, so dachte sie sich. Manchmal, gerade wenn man jung ist, da scheint sie nicht vergehen zu wollen. Und wenn man älter wird, fließen dieselben Momente nur so dahin. Es wurde gemunkelt, dass graue Gestalten durch das Land ziehen. Sogenannte Zeitdiebe, die alles verändern wollten. Zari vermisste ihre Freundinnen und schwor sich, nach einem Weg zu suchen, die Macht der grauen Gestalten zu brechen. Irgendwer musste ihr doch zuhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bundesinnen und Kinderp графischen Geschäftsruppen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020